und hallo herzlich willkommen wieder ich bin unscharf wir sind scharf wir sind auf den arg server heute nehmen wir mit yugi gutem yugi arg wir bock haben drauf und lecken mich ich zeug heute arg ja hallo und das ist hier der sebi und er ist so klein den muss man erstmal boxen so geil aus was hast du dir eigentlich so anzuziehen so auszusehen ist sie so geil aus so gleichzeit auf der andere seite werde foto wie ich es wirklich sehe in game oder warte kann so zeigen ja so sehe ich aus wie ein etwas zu klein geraten aber hat gesagt ich sehe wie eine von ww ein zwerg so kommen wir machen uns mal was hierzu was zum anziehen müssen wir doch haben oder zu futtern die augen brauchen wir wir müssen erstmal glaube ich hier zack eine axt brauchen wir gleich wie waren hat hier noch mal dann musst du level ab und dann freischalten musst du das alles lalala ja ich hatte mal engram erlernen das recht erlernen ich glaube ich lange hast du nicht gesagt wir mit dem erlernen halt nicht mehr so aber ich bin schon drin ich habe jetzt mal gesagt ich mache eine axt ich habe noch freuen fünf punkte zu vergeben da kommen sperr ist immer gut sperr ist am besten sagt einer von und muss sie die gebäude erlernen einer baut und einer muss die rüstung oder die waffen konzentriert sich waffen und herstellung ok sehr gut weil ich werde auf die gebäude machen so herstellbar ist ja guck mal ich kann schon was herstellen ein pickaxe ich würde die haben ja schon ok die habe ich schon alle drin feuerstein holz mit dem herstellen ja pickaxe so das kann ich wieder rausschmeißen die brauche ich jetzt weg mit dir ich mache ein paar steine fertig so der rüstung was habe ich noch das wo so viel habe ich schon nicht schlecht was vom fasern hatte ich schon 100 habe mir oberkörper gemacht schon ich möchte ein paar sperren was bräuchten dafür holz kloppern war holz hier ein bisschen ja immer sperre sind wichtig zur verteidigung die gehen zwar mal relativ schnell kaputt egal aber spüren ambo ist bei hamburg und so weiter hier ist relativ ruhig finde ich gut so für den anfang ich weiß ein bisschen welches tier möchtest rente zuerst zähmen ich weiß nicht aber erst mal den wir dann wenn wir später denken ja dauert eine weile eine ganze weile hat immer sperre 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 so die lege ich mich jetzt hier drauf immer wieder neue machen irgendwie wie denkst du können wir an jede woche das aufnehmen wenn du zeit hast auf der arkburg würde ich schon auf let's play haben können wir machen ja von mir aus würde ich mir auch das dlc kaufen und dann kommen wir auf den server wo du bist gehen dann machen wir erstmal hier so ein bisschen nenne ich würde sagen hier bleiben wir weil da haben wir sehr weit und so weiter das ist irgendwie schicken ich will von anfang an machen kommen bleiben hier muss nichts ausgehen jetzt aber auch kein problem aber da auf der andere seite ist hier ist noch einfach gegensatz zu den anderen ja ich muss jetzt hier auch nicht jede sekunde ums überleben kämpfen ganz ehrlich ich finde es auch ganz gut wenn man hier mal ein bisschen was bauen kann in ruhe weißt du nicht ständig von irgendwas angegriffen wird sondern dass wir dann irgendwann mal was etwas angreifen können und das ist dann schon cooler ok jetzt gehe ich auf rüstung habe ich das man so ich mache jetzt mal ein paar sperre hier jetzt habe ich vier sperre fackel so papieren holz wir brauchen ein bisschen leder für rüstung ja für Klamotten nach so ich habe noch gar keine sachen gemacht war schon so war heute muss man gucken und hier der Klamotten mit dem mann gewandert ist hier um aber so ich habe gar nichts ich habe nichts kannst du mir was zu und zu für für Klamotten machen kann ich noch nicht durch können ich will nicht so nackig hier rumlaufen ein Dodo Killing der Dodo Killing der Dodo da ist noch ein Dodo oh du armes Dodo Dodo das ist ja schon kaputt warte patsch ich mache so warte warte also haben wir ein bisschen Leder hast du keine rüstung oder? nee warte mal ich herstelle schon eine für dich ein wie schmeiße ich denn hier den Scheiß raus warte mal verlassen das ist für dich 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 2 mal mhm achso warte mal jetzt ich habe zwei sperre raus geworfen schuhe hast du sperre genommen ja ne ne nicht verlassen so nein und da habe ich noch was dir gelegt warte warte äh theoretisch von der rüstung habe ich dir alles hergestellt cool danke jetzt fehlt noch ein Kopftuch Kopftuch brauchen wir ja auch ne mhm so ich könnte ja auch in der burka hier rumlaufen nein äh ja ich mache nochmal ein paar Steinchen oh da ist ein Tierchen ist das friendly oder ist das unfriendly lege die Nahrung in den letzten Gegenstand zum aha zum zähmen mhm aber da muss man stundenlang hinterher rennen ne und das immer rein werfen mhm oder einfach töten das geht auch ja wir brauchen Leder gib mir also mach es mit einem Speer das ist ein bisschen effektiver ich habe kein habe ich Speer ich hatte dir zwei rausgelegt aber wo weißt du wir lagen hier sind die wieder weg aber ich hatte vier ich habe die geteilt und zwei habe ich irgendwie rausgelegt ok ich habe keins ich habe keins hab ich die wieder eingesteckt ach hier sind sie warte mal wie schmeiße ich den Scheiß dann raus warte mal äh 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 ach fallen lassen da 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 sind zwei Speere yeah yeah so ähm steine ich prügel mal den Stein hier zurecht da hier sind noch ein bisschen Fleisch wer möchte das erste Lagerfeuer machen du ich du kannst du machen weil ich jetzt gehe ich auf die Gebäude gleich erst mal die Dodos hier alle ausrotten ah ne noch nicht du gammelst mir sonst zu schnell du Dodo ich hole dich später hier kann man aber gut Steine sammeln mit Händen das ist auch geil ne weil ich liegen auf dem Boden deswegen ja ja was macht ihr denn so komische Geräusche ja auch fast auf Fleischfresser gell ich habe noch kein Bett gell kann ich eigentlich schon äh nö kann ich nicht was was kannst du mhm Lagerfeuer machen 3 Punkte ach ich habe 10 Punkte kann ich also machen mhm Lagerfeuer was habe ich noch hier Holzknüppel nee 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 die Klamotten hast du mir gemacht kannst du dann erstmal machen ne wenn weitere Klamotten aus Leder willst du machen dann brauchst du diese Rüstung ach ja stimmt ja man muss sie trotzdem erlernen ja man muss das sowieso erlernen das stimmt hast du recht ja aber erstmal nicht keine Ahnung aber später kannst du ja ich mache jetzt erstmal hier guck mal ob ich Feuer mache schau mal ein Feuerchen Liste funktioniert auch ok ein bisschen Essen weißt du Feuer Alter ich mache es gerade so wo wo bist du so langsam bist du hey ich würde sagen ich würde sagen wir werden hier wohnen oder so ja machen wir erstmal hier in der Ecke so schön versteckt ich glaube ich glaube hier ist schön ein Plätzchen also hier ist jetzt Feuer ok vier Holz sind drin ich tue mal 6 Fleisch rein Feuer läuft ich habe auch gemacht Fleisch den Baum kann man ja auch killen ne aber ich finde den zu schön oder nein ich will den stehen lassen lass den bitte stehen ok der ist toll und groß und der schützt uns hoffe ich hoffe ich so ich bin level up so wieviel neun Punkte sehr schön den brauchen wir zum Bären sammeln aber level 47 und wir brauchen auch einen Sattel mit dem kann man ganz toll Bären sammeln ja weiß ich den da will ich als aller nächste glaube ich mit dem Triceraptos ja aber den lassen wir erstmal in Ruhe weil der wird uns sowas von platt machen ja so ey wir brauchen Schlafsäcke ja das kann ich später machen aber erstmal an dem Bett den mach ich das wäre natürlich besser aber Schlafsack halt gibt es denn hier nicht irgendwas was wir killen können was nicht so so gefährlich ist und uns direkt ins Nirvana schickt du schickst du mir oh level 9 den könnten wir doch hier platt machen oder? Wem? der ist nicht so böse hier äh nein ich würde ihn auch nicht angreifen erstmal er ist Tank Tanki und zweitens wenn du greifst ihn sofort an er greift dich an er greift dich an ja ich weiß er greift zurück an ich mach nochmal ein paar äh ich wie heißt es äh auf andere Seite äh ist schon jemand gell wohnt schon jemand schau hier ach so wo bist denn du hier Alter es wird langsam oh hi ok und wir ich hoffe das sind friendly neighbors ah da ist noch einer den kann ich töten yeah ja komm wollen wir die armen immer die nein jetzt geh nicht ins Wasser nicht ins geh weg Körper ziehen na 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 aber es gibt mehr Leder warte mal mit äh mit der Pickaxe kriegt man mehr Leder ne zwei Tierhaut wow äh nein mit Axt bekommst du mehr Leder scheiße hab ich jetzt verwechselt so ich brauch mehr Steine ja ich brauch mehr ähm warte mal ich brauch Holz juhu nicht nur du also ich hätte gerne ein Bett aber da braucht man so viel Zeugs für ne ja ja natürlich so viel Leder so viel Leder was gebrochen was ist los mit mir oh ich verdurste und ich verhunger so ein bisschen ich müsste mal was essen also im Feuer ist noch äh äh drei Stück Fleisch und ich hab mir was gebrochen ok hab ich so viel gemacht hör auf zu jammern Kumpel trink oh jetzt hat er was getrunken ja ich weiß du stirbst ja ich weiß du stirbst so ich esse was gell mhm ja mein Handy meldet sich meldet sich ach kannst du auch die Bären alle essen gell ja ja klar muss ich eigentlich auch mal alle Bären außer die äh wie heißen sie die Narko Bären solltest du nicht unbedingt futtern narko Bären und die weißen die weißen machen einen doch fit oder nein die machen durst nicht mehr ja stimmt da kriegst du einen riesen Brand von das stimmt ja ja was brauche ich noch natürlich holz die sollte anders sein hallo so ich brauche mehr zu essen ist Bären ich habe gerade Bären gegessen ja die Bären die machen auch dann löschen den Durst das ist auch immer ganz gut ich futter jetzt alle Bären die ich hier habe früher war es so dass die Bären hat noch Wasser ein bisschen gegeben gell er gibt immer noch nein also nicht mehr wie weiß hä ne echt nein ich meine ich habe heute Morgen gezockt und dann was glaub ich noch so aber echt ich meine schon ja egal weiß nicht ach du scheiße ich bin zu schwer haaa ich mach noch ein paar ähm Speere hier alter was machst du in unserer Wohnung wie ich ne hier der Triceraptor da äh weibliche Stiefel hier drauf rum hab ich noch ums ich kann sich noch nicht bewegen ich mach hier den Jäger komm her du ich glaube ich mach mal so ne Fackel für nachts oder so ne zu mir eine zum hinstellen oh haaa vielleicht habe ich zu viel mehr erstmal gemacht wie Boden ahja wo sind denn die Fackeln hier so Fackel, 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 Fackel oh Level 5 erst ah das ist ja mies ich auch dann erlern ich erstmal meine Klamotten weiterhin so einen Punkt noch drei Punkte drei Punkte Schlafsack habe ich jay echt ein Schlafsack hä was ich brauche auch einen ach füllen wir kannst du noch einen machen warte mal habe ich eigentlich irgendwie warte du brauchst noch Leder dafür oder? sehr viel und ich habe 17 Leder habe ich hier ich tu das mal raus irgendwie bist du ziemlich lahm ja aber ich bin ziemlich voll warte na gib mir irgendwas schmeiß was raus nein nein ich habe schon hell gestellt nimm diese Leder einfach soll ich wieder nehmen? ja du bist sehr du hast gekackt jetzt bist du schneller ja ja ich bin nicht schneller auf einmal ey du hast nicht gekackt ich weiß ja ne ich ergrüße einfach kann man die eigentlich nochmal aufwerten dann? oder muss man das abreißen? ich weiß das nicht mehr abreißen und aufs Stein machen immer aber früher war es so wenn war Möbel drauf dann sind die Möbel kaputt gegangen und äh und der Boden und wenn machst du jetzt Bonn dann Möbel bleiben so das einfach mal verschwinden so groß reicht oder? ja für das erste erstmal so mit wir aber ich weiß nicht wenn wir hier drinnen liegen kommen noch irgendwelche Viecher an und können das noch kaputt machen und uns auch töten oder? ja und vielleicht noch eine Reihe machen hier einen noch da einen da einen und hier so also 1 2 3 4 5 mal 3 5 15 soll ich soll ich mit Holz sammeln? komm ich sag mit Holz warte gib mir Leder erstmal ja geht dann erstmal Schlafsack die kann ich machen dann wenn du verreckst unterwegs dann kannst du wieder spawnen aber da kann man immer nur einmal mit spawnen mit diesen Schlafsäcken ich baue jetzt äh später 2 Bete Bette betten bitten bitten genau betten so ich hole mal was zu futtern wie siehts hier eigentlich aus? nicht ausmachen äh eine Schlafte brauche 25 Leder ja dann aber Gott sei dank habe ich so viel ich hatte 28 Ah, dann geht's ja. So, hier sind noch 5 drin. Eins ist vergammelt. Ein Holz brennt noch. So, 9. Ich lasse es hier. Welches Level bin ich denn jetzt? 2 oder was? Wie 2? Unmöglich. Warte mal. Wo steht denn das? Wieso ich bin so schwer? Ah, jetzt weiß ich, wieso ich bin so schwer. So. Da ist die Fackel. Ja, ich kann eine Fackel machen. Ich könnte ja auch mal eine Kiste... Ah, hier. Narkosemittel benötigt. Das müssen wir auch machen. Später aber erst, oder? Ja, ja. Dann bastel ich jetzt mal eine Fackel für uns, für nachts. So. Was? Ach du Scheiße, ich habe auf Versehen angegriffen. Fuck. Oh, oh. Ich komme. Ich helfe dir. Ich werde wegrennen. Oh, das ist Level 47. Na, dann lauf weg. Ah, der ist schon aufgehört. Gott sei Dank. Boah, ich wollte ihn gerade schlagen. Zum Glück habe ich es nicht getan. Oh ja. So. So. So ein bisschen Licht. Soll ich noch eine machen? So drüber rum, so ein bisschen. So, ich mache jetzt weiter. Für unsere Schmuseabende. Na ja. Wieso nicht, ne? Warte, was brauche ich denn noch? Ich brauche noch ein bisschen Holz. So. Kumpel. Jetzt komme ich hier wieder in unsere Bude. Na, geht doch da hoch. Okay. So. Also. Ich hänge hier fest. Ich back hier fest. Nein, ich bin überladen. Ach du Scheiße. Ich habe 44 Steine. Was soll ich mit den Steinen machen? Oder hast du zu viele Beeren? Könnte auch sein. Ne, ich habe irgendwie 44 Steine gemacht. Ich mache jetzt noch eine Fackel. Vielleicht verliere ich ein bisschen Gewicht und kann dann wieder laufen. Hast du Fasern? Ne, warte mal. Fasern. Stroh. Du meinst 39 Fasern. Brauchst du die? Ja. Dann schmeiße ich die gleich raus. 70 Holz habe ich jetzt. Das kann ich vielleicht deswegen nicht laufen. Ich bin... Äh, warte. Ich werfe die raus. Die Fasern... Habe ich rausgeschmissen? Kann ich jetzt laufen? Nein, ich kann immer noch nicht laufen. Kann ich das flippen? Ich habe auch nicht. So, die Hälfte... Ich schmeiße nochmal 35 Holz raus. Mhm. Kann ich jetzt laufen? Also, jetzt kann ich wieder laufen. Okay. Weil Holz ist auch schwer, gell? Ja. Ja. So. So, ich mache jetzt hier einfach nochmal eine Fackel hin. Brennt ja ewig. Hier sieht man nix. Da mache ich auch nochmal eine hin. So. Warte. Ich werde eine... Ah, das muss ein Tag sein. Oh, scheiße. So. Wie ist denn? Was mache ich? Äh, also. Nein? Ja. Komm, jetzt fehlt hier noch eine. Dann haben wir drumherum alles. Dann mache ich noch eine. Ein Fackelchen. Oh, ich glaube noch mehr Fasern. Na, ich sammle gleich mit dir mit. Ja. Das ist schneller. Wo ist sie? Achso, da unten. Aber ohne Scheiß. Ich höre es echt verdammt so ruhig. Gehen Sie jetzt auf diesen anderen selber. Auf den ganzen... Ja. Finde ich eigentlich gar nicht mal so übel. Nicht so übel. Das ist... Für mich ist verdammt ruhig. Weil da... Ja, ich finde... Jede zweite Minute läuft irgendwelche... Fleischfrazer. Hier sind wir, die Fleischfresser. Ist doch mal... Was tolles. Ey, da ist da was. Äh. Ist das gar nicht so weit weg. Da ist so ein... Wie heißen die Dinger hier? Strahler oder was? Ja, diese... Pipi-Strahler. Äh, nein. Du bist zu niedrig. Du kannst nur die weiße erst mal sammeln. Ach ja, die sind der Level begrenzt. Ja. Du scheiß Ding. Da ist ein weißer. Aber der ist... Ne, das ist jetzt auch... Bis ich da bin, bin ich verhungert und verdurst. Du bist um dreimal... Dreißigmal gestorben. Ja, vielleicht hast du gelöst und wirst du nicht so oft gestorben. Wer weiß. So, Doduchen. Das war ein Baum, ja. Oh, ich hab 16 Tierhaut. Brauchst du noch was? 60? 16. 16, okay. 16. Bist du? Ja. Ne, warte, ich schmeißte die raus. Ich brauch mal Schlafsack. Äh. Äh, ich hab schon mal Schlafsack gebaut, gell? Ach so, ja, dann kann ich so... Egal. Nimm halt. Hast du sie? Wo... Ne? Wo hast du die? Ne? Bist du die nicht fallen lassen? Doch. Weil das... Wenn die fallen, dann geht die nach unten irgendwo. Scheiße! Ah, ich hab's... Ja, ich nimm's wieder. Ich hab's wieder aufgenommen. Okay. So, wo soll ich denn jetzt hier mal ein Feuerchen machen? So, wenn ich jetzt sterbe, spawn ich dann jetzt wieder an dem Schlafsack hier, oder was? Äh, drücke einfach Schlafsack nochmal für Sicherheit. Dann kannst du später bei den Schlafsack spawnen. Ich glaube, jede fünfte Minute kann man spawnen. Schnell reißen, Gegenstände fallen lassen? Nein. Okay. Vier? Was soll ich? Ah. Wie viel Strom hast du? Warte mal. Ich, ähm, mach mal Aufnahme. Stopp jetzt hier. Hallo? Ich mach mal... Okay. Also, Leute, ich werde sagen, auch... Mach ich Pause und wir sehen in der nächsten Folge. Tschüssi, ciao!